Sarah Dorsen hat keinen Humor. Ja, genau. Wer mich reinlegen will, sollte sich das dreimal überlegen, weil bei mir kommt es dann dreifach zurück. Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Das ist jetzt auch nicht einfach nur so gesagt. Nein. Ja. Oh, wie ist das schön. So was haben wir lange nicht gesehen. So schön. So schön. So schön. Danke. Danke schön. Danke schön. Versuch du, Kotschguck. Ja, also ich wollte mich jetzt nicht schon wieder selber nennen. Theoretisch, eigentlich gibt es nur eine Entertainerin in diesem Team. Mit Victoria Beckham, weil ich David Beckham richtig klasse finde. Schon ein sehr attraktiver Mann. Ich fand David Beckham immer toll. Leute, da gibt es nur einen und das ist David Beckham. Ja, wie heißt das Reh mit Vornamen? Kartoffelpü. Ich habe gesehen, dass Prasnikat zum Schuss ansetzt und wollte mich einfach mit allem, was ich hatte, reinschmeißen. Ich habe gehofft, dass sie den nicht rumzieht, weil ich bin ja schon in den Ball einfach reingesprungen. Ich war sehr erleichtert, dass es dann nur den Eckstoß gab.